Servus Leute und Willkommen zurück zu Danganron Part 2 mitnäher im Gefecht oder in der Debatte mit Osoma Okay, ich werde erstmal einen Durchgang hier Hamhans Nee, 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 nee Ähm Ach, verdammt Habe ich hier die Brille? Nee Da, da, ja, 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 okay Ich weiß, was ich zu tun habe Das ist das, was ich zu tun habe Das ist das, was ich zu tun habe Das ist das, was ich zu tun habe Aber es war super, es war so dark, ich konnte meine Brille sehen Ja Ja Nein, falsche Taste Gut Ah, hat man gerade die EBUGIS Schatten gesehen Nein, Byakuya war definitiv der Einzige, der in der Dunkelheit in der Lage war zu sehen Warum würdest du das sagen? Er hat dieses Nachtsichtgerät benutzt, das wir unter dem Tisch gefunden haben Damit war es ihm möglich Also, willst du sagen, Byakuya war derjenige, der dieses Nachtsichtgerät benutzt hat? Ja, das scheint der Fall zu sein Was? Frau, halt dich zurück Ich hasse dich jetzt schon Nein, das ist definitiv falsch, es sollte andersrum sein Andersrum? Ernsthaft, der Killer hat dieses Nachtsichtgerät benutzt, nicht Byakuya Äh, ja, bin ich in der Tat Äh, also ich bin überrascht von Miharu Das ist jetzt was, was du noch nicht hättest Okay, dann werde ich es lesen Also ich bin überrascht, weil Miharu da fast im ersten Teil nicht reingekrätscht hat Nur zwischen dir und mir war eine Überraschung Ach, ich mache mir Spaß, tut mir leid Nun gut Wenn diese Art von Argument stattfindet Dann kommt es zu einer 1 gegen 1 Debatte Die Rebutal Showdown genannt wird In diesem Modus Du musst die Aussagen der anderen Person auskontern Und ihren Schwachpunkt in der Argumentation finden Oder angreifen Bitte konter die andere Person Den linken Stick Was, Vertical, Sideways, Diagonal? Was meinen die jetzt? Äh, basierend auf der Schärfe? Äh, die Aussagen Muss die Aussagen zerschneiden Achso Und, äh, je nachdem wie Aussagen fliegen Musst du sie halt entweder vertikal, diagonal Oder horizontal halt Achso, ist das wie bei, ähm Kingdom Hearts Dream Drop Distance Hier mit, äh Die Welt, die niemals war Diese, ähm Du weißt schon, mit den Ketten zerschneiden Ne, da ist ja nur gezielt Du musst halt Also ich gehe mal davon aus, dass es beim Stick so ist Dass du halt den Stick nach rechts, nach oben, nach unten Wieder so, wie auch immer Halt bewegen musst Damit halt das Messer sozusagen in diese Richtung schwingt Also ich Wahrscheinlich verkacke ich sowieso Aber ich kann ja mal gucken Und basierend auf das Du kannst, äh Im Debattenmodus Deine eigene Aussage stärken Glaube ich Auf der anderen Seite Wenn du die Aussage der anderen Person Ignorierst Dann wird Deine Aussage Ja quasi weniger wert sein Im Oberen Rechten Rechten Ecke des Bildschirms Eine Nummer Unterrechte Unterrechte Wird eine Nummer angezeigt Das Schärfegrad Wie viel Konter braucht Das ist die Nummer Also die Nummer zeigt dann, wie oft ich In einer Runde die Debatte zerschnitten habe Du wirst Zusätzliche Schärfe einbüßen, wenn du verlierst Äh, nicht verlierst Wenn du Fehl schlägst Also bitte sei vorsichtig Wenn dieser Wenn dieser Modus zu lange dauert Nehme ich an Dann wird die Andere Partei Ihr Argumentation Ändern Was bedeutet die Konversation Die Veloop Wiederholt sich Entwickeln So Wenn das passiert Ändern sich die Schwachpunkte Ändern sich die Schwachpunkte Trotzdem Du kannst Nicht normal Die Schwachpunkte angreifen Stattdessen Muss ich Was mich an der Aussage Der anderen Person anpassen Plus Es wird Sehr groß Wie eine reguläre Debatte Bitte Ja, nutze Den Knopf Alles klar Und natürlich Wenn du nicht die korrekte Wahrheitsklinge hast Wirst du natürlich nicht in der Lage sein Die Argumente Es gegen das zu zerschneiden Äh, was eine Wahrheitsklinge ist Es tut mir schrecklich leid Ähm Ich hab wohl Irgendwie vergessen Das hinzuzufügen Äh, sie stellt sicher Dass eine Person Achso, ne Sie stellt eine Person Äh, hier ist ein sehr langer Urlaub Wo er ein bisschen verzögert war Und er stellt sicher Dass die Person Die dafür verantwortlich ist Er in einem langen Urlaub erhält Mit anderen Worten Gefeuert wird In diesem Modus Wahrheits Ah, okay Wahrheitskugeln werden Wahrheitskling genannt Und das ist es Wir werden keine weiteren Änderungen Im Handbuch, okay Nur der Name wird sich ändern Aber Don't you think A change of feeling is important Äh, ja Denkst du nicht, dass ein Ja, Gefühlswechsel wichtig ist Ähm Ihr Feeling hier Ähm Wie sich's anfühlt Okay Nun gut Ich glaube, ich werde verkacken Ein Messer Kann ich hier auch Slowmotion Kann ich irgendwas wählen? Nee Einfach drücken Okay Zack, zack Einfach angreifen Zack, 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 zack Äh, äh, äh Falsche Taste Falsche Taste Verpiss dich Shit Nein Sie hat ein Loch gefunden Und wird mich platt machen Verstehe ich irgendwie nicht Ah, da war's Das Argument Ah, ich verstehe Du musst halt erst mal die richtige Klinge nutzen Und dann darfst du nicht einfach wild drauf los Äh Du musst dir halt auch schon die Argumente treffen Du siehst doch rechts unten, wie viele Schnitte du noch hast Nein, nein Verdammt Ja, ich weiß Ich hab zu früh geht's geschnitten Wenn ich einfach warte Ich muss sie zurückdrängen Was ist das? Nein Was? Hab ich die falsche Taste gedrückt? Keine Ahnung Ja, aber zu spät Ja, ja, ja Da, da Nein Das da Ah, scheiße Ich hab's Slow-mo Kannst du das Messer schon vorher auswählen müssen? Ja, das ist doch Der Koffer da, oder? Jetzt Nee Doch kein Koffer Du hast einfach nicht genug abgestellt Du musst hier ja auch alle treffen die Argumente Du musst irgendwie nur seitwärts gerade Also nur diagonal schneiden Ah Achso, ich muss genau das Argument treffen Nee Achso, ich muss gar keine Taste drücken Es reicht einfach nur, wenn ich den Stick drücke Jetzt hab ich schon euer Freundin gesagt Ich dachte Achso Moment Am vor Wenn ein Stick ist, ist es irgendwie schwerer Ja, komm Hä? Ich verstehe es nicht Rechts, rechts Achso, ich hab keine Schnitte mehr Ja, das war sau dämlich von mir Ja, das zählt nicht Ja, das lasse ich Das lasse ich auch Warum treffe ich das Argument nicht? Wenn ich sie reden lasse, dann macht sie mich doch platt Die Koffer hat sicherlich benutzt diese Knife, das muss ich sein Ja, das ist klar Ich kann nicht zurückkommen Ja, friss Wo ist deine Beine, dass die Koffer die Koffer benutzt? Weil sie benutzen Knife Vision Goggles Ich verstehe zwar, was gemeint ist, aber irgendwie Ich glaube Es kann sein, dass du eine andere Taste drücken möchtest, wenn du es verschneiden Nein Das heißt, ich muss X drücken, achso Das heißt, ich muss X drücken, achso Also bin ich mir nicht sicher, aber kann schon sein Wenn halt das Gelbe kommt Nichts ist es nicht Achso, Moment dann Achso Ja, ich bin halt auch nicht mehr ganz sicher genau, wie sie es ist Suck Ich hätte vielleicht mal eine andere Taste drücken, so nicht voll Honk Nein, Byakuya war definitiv derjenige, der das Nachtzeuggeld mitgebracht hat Definitiv? Aber warum? Im Indern des Duralumin Kastens hat Byakuya, äh, hat den, ja, Byakuya hat den ja mitgenommen auf die Party Da war ein kleineres Kästchen drin, und genau da wurde das Nachtzeuggerät aufbewahrt Was bedeutet, wir können annehmen, dass das Nachtzeuggerät dort drinnen, in dem Duralumin Koffer drinnen war, ebenfalls Ich sagte, annehmen? Ihr habt niemals solche clevere gentel Ich weiß nicht, wie Pukki ist so dumm im Kopf, aber irgendwie finde ich sie genau deswegen niedlich. Plus, Byakuya ist der einzige, der in der Lage war, das Nachtsichtgeld aus dem Koffer zu nehmen, weil er einen Schlüssel hatte. Achso, ja, weil er es mit sich umgetragen hat, bevor überhaupt der Stromausfall passiert ist. Verstehe, wenn du es so siehst, dann ergibt das halt Sinn. Dann, war dieses Messer auch im Kasten? Ja, wenn da schon ein Nachtsichtgerät drin war, dann wäre es bestimmt nicht so seltsam, wenn da auch ein Messer drin wäre. Es würde schon seltsam sein. Ich bin seltsam, nicht wahr? Ja, ich bin seltsam. Ach, in Zeiten wie diesen, da würde ich einfach nur fantasieren über das heutige Hauptgericht. Ja, du meinst das auf die total perverse Art. Das Messer war versteckt im Duralumin-Kasten. Auch genauso wie das Nachtsichtgerät? Nein, das ist nicht möglich. Das Messer war in der Speisehalle. 23 Sekunden nur. Da war ja Dixo unter einem Tisch, wo auch der Körper gefunden wurde. Hä? Hä? Dixo? Dixo? Was ist Dixo? Ich kenne nur Klebepapier oder... Ähm... Wie heißt das bei euch? Duct tape? Klebeband. Ja, wir nennen es Dixo. Klebeband. Doppelseitiges Klebeband, aber keine Ahnung. Aber definitiv ein Messer mit Dixo unterhalb des Tisches befestigt. Oh, das ist der Konfer, warum wir Klebeband. Das ist Dixo. Oh, Biakoya dachte das wohl auch. Ähm... Selbst wenn... Ah, selbst wenn er nicht annehmen konnte, dass eine Waffe unterhalb eines Tisches geklebt war. Das ist vielleicht abseits vom Thema, aber warum hat Biakoya überhaupt so paronyid gehandelt? Nicht nur, dass er ein Selbstverteidigungsset mitgebracht hat, aber er hatte ebenfalls noch Nachtsichtgerät in diesem Koffer. Das ist wahr. Er ist wohl, ja, über die Stränge geschlagen mit seiner Vorsicht. Oder er war wohl ein bisschen zu vorsichtig. Ah... Ja, ich bin noch da. Sag jetzt nicht, Dings spackt schon wieder ab. Hm... Okay. Bist du auch da? Naja, es hat bloß gerade ein bisschen... Naja, es hat bloß gerade ein bisschen gehangen. Jetzt ist... Jaja, ich bin da. Ja, ich weiß, ich weiß. Äh... Es hat bloß kurz gehangen. Wird rausgeschnitten. Wenn ich es nicht vergesse. Ich werde nicht vergesse es bei so vielen Aufnahmen. Äh... Egal. Jetzt, wo du es erwähnst. Äh... Das würde erklären, warum er so viele gefährliche Gegenstände konfisziert hat. Es ist eine Sache, ein bisschen vorsichtig zu sein, aber eine Körperuntersuchung durchzuführen, ist wohl ein bisschen zu viel. Kannst du was sehen? Wenn ich gerade lesen muss... Äh... Noch hat sich das Bild nicht hier hin bewegt. Puh! Was zum Henker? Ah, okay. Äh... Er wusste es wahrscheinlich. Jemand hat, äh... Geplant, einen Mord zu machen. Würdest du sagen, er hat einen Mord vorausgesehen? Könnte es sein? War ja ebenfalls in der... Im Besitz des allsehenden Auges. War es ebenfalls? Wer sollte es sonst sein? Gundam? Du denkst also auch... Das denkst du doch auch richtig, Hajime? Es stimmt. Biakoya... Danke. Danke. Achso, konnte... Hat definitiv einen Mordbescheid gewusst. Moment, der Brief, oder? Hier sind wir im Brief. Da. Da. Ja... Ja, das wollte ich nicht. Ich kann es mit dem... Alle Mann, könnt ihr vielleicht einen Blick hier drauf werfen? Äh, ja, das kennen wir schon. Äh... Was zur Hölle ist das? Hajime und ich haben das in Biakuyas Hütte gefunden. Es sieht so aus wie ein... Äh... Threatening. Bedrohlich. Keine Ahnung. Hast du die Übersetzung gehört, oder? Ja, ich hab die Übersetzung gehört. Ja, ich bin noch... Hallo? Hörst du mich? Ja, tue ich. Er hört mich offensichtlich nicht. Moment. Ja, definitiv. Hä? Hörst du mich noch? Hörst du mich noch? Hörst du mich noch? Hörst du mich noch? Ja, Discord... Discord hat sich gerade aufgehangen, aber ich hab dich gehört. Okay. Gut. Ähm... Ja, gut. Komisches Ding. Ja, es sieht so aus wie so ein bedrohlicher Brief, der ihm gesendet wurde. Äh... Wer ist der Absender? Niemand außer Monokuma würde so einen dummen, bedrohlichen Brief schreiben. War es nicht ich? Hallo? Sag jetzt nicht, es spinnt schon wieder. Ja. Ne, tut's nicht. Ja, doch, es hat gerade schon wieder gesponnen. Ich hab's jetzt... Ich sieh's jetzt erst, was da steht. Also, ja. Es war ja nicht echt. Bei mir hängt das Spiel auch die ganze Zeit hinterher. Warum? Was ist heute los? Bist du sicher? Die einzige Lüge, die ich erzähle, sind freundliche Lüge! Das sind immer noch Lüge! Es ist egal, wer es geschrieben hat. Im Moment. Also, Biakura ist deswegen so paranoid gewesen, weil er diesen Truppweg bekommen hat. Er hat wahrscheinlich entschieden, eine Party zu schmeißen, wegen des Briefs. Er hat sich wahrscheinlich entschieden, diese Party zu schmeißen, wegen des Briefs. Was? Was? Äh, ja. What do you mean? Was hat das zu bede... Äh, was meinst du damit? Wenn ich alle in einem Ort sammelt habe, habe ich versucht, eine Situation, wo alle Tabs auf sich verursachen können... Ja! Ähm, da ist das... ...dann ich mich alle an einem... ...denn... ...dann ich mich alle an einem Platz versammelt habe, äh, hat er versucht, eine Situation zu erzeugen... ...wo er alle im Auge behalten konnte. Und so hat er versucht, den Schreiber des Briefes in eine Situation zu bringen, in der er nicht handeln konnte. Aber der Brief ist vielleicht einfach nur ein kleines Scherz. So lange er sich nicht zu lassen lassen, konnte er keinen Risiko nehmen. Wenn er entschlossen war, niemanden von uns sterben zu lassen, konnte er dieses Risiko nicht eingehen. Sein starker Sinn für Verantwortung ließ ihn glauben, dass dieser Brief echt war. Er hätte uns sagen sollen, dass er einen Drohbrief verhalten hat. Wenn er es getan hätte, hätten wir Panik bekommen. Also hat er versucht, etwas dagegen zu unternehmen, ohne irgendjemandem etwas davon zu sagen? Ich verstehe. Sein starker Sinn für Verantwortung als unser Anführer war sein Untergang. Schreiber dieses Geräusch! Wer der Hölle schreibt das Buch? Ich glaube nicht, dass Screw betrügen ist. Zumindest was ähnliches, das weiß ich. Betrügen, hintergehen? Es ist Schrauben. Schrauben, Schraube, Drehung, Propeller, Schließer, Carbon, Nummer. Nichts mit Betrügen. Dann wahrscheinlich drehen. Also verdrehen in dem Fall. Verdrehen nichts! Ja, verdrehen nicht die Tatsache. So ist das wahrscheinlich gemeint. Wer der Hölle hat diesen Brief geschrieben? Ja, offensichtlich der Killer. Der Killer? Äh, ja, schön, ich drück hundertmal, aber nichts passiert. Ist das wirklich einer von uns? Wer ist es? Unter uns. Da ist einer, der Piaku ja umgebracht hat. Hm, genug davon. Zeig dich, du Feigling. Wenn der... Wenn er wirklich gewillt wäre, vorwärts zu kommen, dann hätte er wohl niemals... Mord begangen, oder? Aber ich kann das trotzdem nicht glauben. Irgendjemand in diesen Raum hat Piaku ja umgebracht. Es gibt keine Möglichkeit, dass ich euchs glauben kann. Ähm, Entschuldigung, bitte. Kann ich vielleicht etwas sagen? Was ist denn Miss Sonja? Der steht 100 pro auf sie. Kann ich ihm die Arme nicht verübeln. Ähm, es... Also, es tut mir leid, dass ich zu diesem Thema zurückkehren muss, aber... Ich hab... etwas realisiert bei diesem Nachtsichtgerät. Also, ich hab was mitbekommen. Ja, danke Sonja, dass du auch ein bisschen Hirn hast. Weil, das hab ich auch schon angesprochen. Wenn Piaku ja derjenige war, der diese Brillen getragen hat, wie konnte dann der Mörder in der Dunkelheit... Ja, ihn ausfindig machen? Ja, du hast recht. Ohne das Nachtsichtgerät wäre er nicht dazu in der Lage gewesen, in der Dunkelheit was zu sehen. Aber wenn der Mörder die Brillen hatte, um das Messer zu greifen, wie konnte dann Piaku ja einsehen? Äh, Mark? Markierung? Selbst wenn das Messer so eine Art Markierung hätte... Oder wer... ja... Es wäre wohl schwer in der Dunkelheit zu sehen. Äh... Kann ich nicht einfach... Ne, ich kann jetzt... Ich kann jetzt keinen Schnitt machen, verdammt! Hm, wenn der Killer... Nein, der Killer hat definitiv eine Markierung genutzt. Und wegen dieser Markierung, der Killer war in der Lage, das Messer an den Tisch zu finden. Äh... Byakuya Togami? Ich war auf Bild, weil es... Ich war auf Bild Farbe... 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 Ähm... Ich werde jetzt hier einen Schnitt machen, weil ich glaube, das wird heute sowieso nichts mehr. Dann nehmen wir uns Neues für nächstes Mal auf. Und hoffen einfach, dass es nicht als Synchron ist. Das war Danganronpa 2. Goodbye Despair. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Fiat euch! Sag Tschüss! Kann halt nicht. Tschüss!